Das nächste Video soll enden, wenn Peyton genervt ist. Es geht schon wieder los. Mann, du stößt mich doch nicht. Ich bin am Arbeiten. Wo arbeitest du? Du liegst im Bett. Ja, am Handy. Das ist mein Job. Was darf ich nicht sagen? Das ist ja das Ding. Das finde ich doof. Findest du doof? Nein. Nicht so nah. Ich wollte nicht mehr... Doch, ich warte rufen. Nein, lass dich in Ruhe. Dann nicht. Kannst du weg? Kannst du von mir weggehen? Nee. Habe ich Doppelkinn? Nee. Das ist wunderschön. Ich dachte, du meinst es ausnahmsweise mal ernst. Ich habe gehofft, es geht schneller. Mein Arm ist schon tot. Der ist schon tot? Ja. Aber... Ja, keine Ahnung. Ich fühle mich so, wie wenn man die Antwort weiß im Unterricht, was leider nicht so häufig der Fall war. Und dann musst du sich so melden, weißt du, dann hältst du deinen Arm so mit der linken Hand noch so fest. Das ist so doof. Was? Was? Wieso bin ich doof? Ist das das Wort was? Wieso? Weil das offen... Ah, nein, das ist das alte Video. Ja, das ist das alte Video, das habe ich da hinten auch offen. Ich dachte, ich darf nicht was sagen. Nee, das hatten wir ja schon. Echt? Ja. Natürlich, sonst wäre es das letzte Video gewesen vor drei Tagen. Kannst du mir einen Tipp geben? Nee. Du nervst mich heute.